Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind am Start und wir sind bei der, ja quasi letzten Episode, in der wir Transfers machen können. Denn am Ende dieser Episode werden wir beim Transfer Deadline 3 angekommen sein und die letzten, ja quasi Stunden des Transferfensters miterleben. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Des Weiteren gibt es in dieser Episode zwei Spiele und trotzdessen ist die Episode noch extrem, extrem lang. Ich denke mal trotzdem, dass das ganz cool ist. Wir stellen wieder ein, welche Spieler wir trainieren möchten, denn das ist eine unserer elementarsten Aufgaben in dieser Trainerkarriere. Wir trainieren Armstrong, den ich ja gesagt habe, den wir fördern wollen. Perez, der in seinem Rating aufsteigt, ein Tab. Dann glaube ich noch Haidara und eventuell auch noch Wijnaldum. Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall sieht das alles ganz gut aus und wir haben ein Angebot von Bayern und zwar bei 44 Millionen Euro. Ich habe ja gesagt, 45 wäre okay. Jetzt gehe ich doch hoch auf 54, weil ich ihn gar nicht loswerden möchte eigentlich. Die Berichte, die wir hier haben, gerade aus Frankreich, nicht sonderlich interessant. Allerdings gibt es, das kann ich schon mal sagen in dieser Episode, auch noch einen Schockmoment. Und der hat mir wirklich richtig, richtig schlecht gefallen. Beziehungsweise in gewisser Weise auch gut. Was ich meine, werdet ihr gleich sehen. Wir kommen nämlich genau, Sekunde noch, Sekunde noch. Wenn es euch übrigens gefällt, Daumen nach oben. Moment, habe ich noch gar nicht gesagt. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall kommen wir wann dazu? Wann kommen wir dazu? Wir müssen erstmal auf Weiter drücken. Jetzt drücken wir auf Weiter. Wir kommen jetzt dazu. Denn, passt auf, passt auf, die Bayern, ne, die Bayern nicht. Okay, alles klar. Sport in Lissabon, 50 Millionen. Dann kommen wir gleich dazu. Ich denke mal, ihr könnt euch jetzt schon denken, worum es geht. Die Bayern wollen sie eventuell Pato gar nicht mehr haben. Wollen sie die 45 Millionen nicht bezahlen. Oder nehmen sie etwa 54 Millionen für Alexandre Pato an? Genau das tun sie. Das heißt, unsere Brasilianer ist weg, wenn sie die Vertragsverhandlungen erfolgreich gestalten. Das wäre extrem bitter für uns. Denn damit wäre unser bester Torjärger weg. Wir müssten den ersetzen, kurz vor der Transferperiode. Ob wir das schaffen, ist die Frage, ob das Ganze realistisch bleibt. Das ist auch eine große Frage. Wir werden sehen. Jetzt spielen wir erstmal im Pokal gegen Port Vale. Das heißt, unsere B-Elf spielt unter anderem mit Dix als Rechtsverteidiger. Und Perez auf der 10. Genauso wie auch Rando Arons im rechten Mittelfeld. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, wir kommen in die nächste Runde. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns unter anderem mit Vernon Anita dann gleich wieder. Newcastle zu Gast bei Port Vale. Der Emirates FA Cup war am Start. Und die Magpies mussten gegen einen unterklassigen Gegner an. Das hatte in den letzten Jahren immer nicht so gut. Funktioniert immer relativ knapp. Wenn dann nur weitergekommen. Heute sollte das Ganze anders aussehen. Im Fokus stand Alexandre Pato. Er stand in der Startelf. Und viele fragten sich, warum normalerweise die perfekte Gelegenheit für Mitrovic sich auszuzeichnen. Beziehungsweise an die Startelf heranzukämpfen. Allerdings gab es ein Angebot. Zunächst einmal die Aufstellung von Port Vale, Neil Purpose. Dann davor unter anderem Kapitän Duffy. Und der wohl bekannteste Spieler Late Smith in der Sturmspitze. Ja, Alexandre Pato hat ein Angebot vorliegen. Vom FC Bayern München knapp 55 Millionen Auflöse. Könnte er generieren. Im Sommer erst gewechselt. Und jetzt eventuell im Winter wieder schon weg. Newcastle müssen sie nach einem neuen Stürmer umgucken. Eventuell neue Konkurrenz für Mitrovic. Eventuell das Tor für Mitrovic in die Startelf. Wer weiß, ob er geht. Aber genau deswegen stand er eventuell nochmal in der Startelf. Um eventuell das letzte Spiel für die Fans zu machen. Auch wenn es auswärts war. Michael O'Connor letztes Spiel. Zwei Tore erzielt. Die BF von Newcastle erwartet also eine relativ schwierige Ausgabe. Denn dieser Spieler ist nicht gerade schlecht. War natürlich jetzt besonders motiviert. Heute ebenfalls wieder zu treffen. Um mit seiner Mannschaft einen Pokal-Coup zu landen. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und so spielte Port Vale auch in der Anfangsphase dieser Partie. Denn die unterklassigere Mannschaft hatte die erste Chance. Der Partie, das ist Perkis. Der spielt den Ball in die Spitze. Das ist Daniel. Und da ist Foley. Und der zieht einfach mal ab. Aber Tim Kröhl muss da noch nicht eingreifen. Es blieb erstmal beim 0 zu 0. Andere Seite Alexandre Pato auf Musa Sissoko. Der mit der Flanke. Allerdings kommt Aarons dann nicht mehr ran. Es mangelte so ein bisschen an der Präzision bei Newcastle in der Anfangsphase. Das war das größte Problem. Ball kommt auf außen auf den Tab. Der bisher noch nicht so wirklich angekommen ist beim englischen Erstligisten. Allerdings kämpft er sich immer weiter rein. Versucht hier auch gut dazwischen zu gehen. Es wird allerdings nichts. Es kommt sogar auf der Gegenseite ja nochmal zu einem Angriff. Und zwar über Moore. Der zurück auf Perkis. Der nochmal zurück auf Moore. Und dann die Ballerobung von Jack Colbeck. Der spielt den nach vorne. Ayose Perez ist das. Der sich hier klasse durchfällt zum Mittelfeld. Dagegen O'Connor, der ja wie gesagt zuletzt zwei Tore erzielt hatte. Bein nach außen auf Colbeck. Und es ist Halbzeit. So bitter kann das laufen. Erste Halbzeit. Keine würdige Chance für Newcastle. Und gerade als sie aufs Tor zugehen, pfeift der Schiedsrichter zur Halbzeit. Port Vail machte das wie gesagt sehr gut. Der Doppeltorschütze unter der Woche. Michael Conner von Port Vail. Bisher noch überhaupt nicht in Szene. Auf der anderen Seite aber auch Alexandre Pato sehr, sehr unauffällig und durchsichtig. Das Ganze sollte in der zweiten Halbzeit besser werden. Florian Thauvin kam für Rondo Aarons in die Partie. Newcastle stellte um auf ein 4-3-3-4 System anstelle des gewohnten 4-2-3-1. Und damit hatten sie ein bisschen mehr offensive Durchschlagkraft. Das ist Alexandre Pato. Nach knapp 50 Minuten geht in den Zweikampf, wird gefoult und es gibt einen Freistoß. Zwar aus relativ großer Distanz, aber Sisoko kann das. 30 Meter Entfernung für den französischen Kapitän. Der McPy ist und das Ding ist drin. 1-0 für den Erstligisten. Der Außenseiter liegt hinten und der Favorit führt hier im kleinen Stadion von Port Vail. Das war richtig stark gemacht. Extrem viel Schusskraft reingelegt. Der Keeper sieht dann nicht sonderlich gut aus, aber sind wir ganz ehrlich, um den zu halten. Da muss der einen absoluten Sahnetag haben. Da kann er gar nicht richtig rankommen. Und dementsprechend ist das die Führung für Newcastle United. Und die wollten sie natürlich ganz gerne über die Zeit bringen. Hatten weitere Chancen. Hier kommt der Ball allerdings in die andere Richtung auf Laysmith. Und der leitet den Konter ein, denn Raum war immer noch da. Das ist Grant, der spielt zurück und bekommt den Ball nochmal wieder von Foley in den Lauf gespielt. Geht zu aufs Tor. Anita ist nicht schnell genug, aber er legte den Ball zu weit vor. Und deswegen ist Krüll da und verhindert hier das 1-1, den Ausgleichstreffer nach knapp 72 Minuten. Gegenangriff dann von Newcastle, das ist Alexandre Pato. Und der spielt den Ball weiter auf in Tep. Armstrong und Tep. 2 gegen 1 in dieser Situation. Da legt er nochmal quer. Denn Tep und Armstrong verfehlt das Tor. Wurde mittlerweile eingewechselt. Und hätte hier fast das 2-0 damit die Entscheidung erzielt. So blieb es erstmal noch zumindest beim 1-0. Tovor versucht es hier nochmal nach Vorlage von Armstrong. Allerdings ist diesmal der Keeper da und hält diesen Ball relativ locker fest. Der Kollege Neil. Wir gehen in die 80. Minute. Nochmal eine Chance für Port Vale. Das ist Moore. Der ist im 16er. Zieht ab. Und Krüll ist da. Und wer hat den Ball zu heck gehabt? Es sollte nicht sein. Für Port Vale ist meine letzte Chance. Der Partie eine relativ uninteressante Partie. dieser beiden Teams. Newcastle hatte nicht bewiesen, dass sie deutlich überlegen waren. Alexander Partou in seinem letzten Spiel eine abwesende Rolle eingenommen. Es schien ihn andere Sachen zu beschäftigen. Was das sein könnte, haben wir bereits erwähnt. Vielleicht sein letztes Spiel im Trikot der McPies. Nach nur einer Halbserie. Musa Sisoku ist der Matchwinner. Ein Schuss. Ein Tor. Ein Freischuss aus 30 Metern. Den Neil nicht halten konnte. Und dementsprechend die nächste Runde für die McPies. Die mitgereisten Tunes waren zufrieden. Port Vale war enttäuscht. Vollkommen zu Recht. Er hat eine gute Leistung abgeliefert. Weil im Endeffekt hat der FA Cup nun doch nicht die komplett eigenen Gesetze. Und dementsprechend zieht der Erstligist ein in die nächste Runde des Emirates FA Cups. So, Freunde. Das war natürlich jetzt alles andere als schön, muss man ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, dass wir die nächste Runde besser gestalten sollten. Denn gegen unterklassigen Gegner darfst du nicht so spielen. Ja, und vielleicht darf man nie wieder so spielen mit Alexander Partou. Wir kriegen noch ein Angebot rein von Tausenden. Da gehen wir auf 50 Millionen. Bei Sporting gehen wir auf 54 Millionen. Denn die möchten nur 34 zahlen. Partou ist ein Mann von Interesse. Und eventuell hätten wir ihn nicht abgeben dürfen. Beziehungsweise hätten wir mehr ansetzen müssen für die Bayern. Aber ich hatte ja schon mal ein Angebot über 50 Millionen. Das haben sie nicht akzeptiert. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich 54 gebe, dass sie dann gar nichts mehr akzeptieren würden. Haben sie aber gemacht. Und dementsprechend haben wir jetzt ein Problem, denn wir müssen neue Stürmer suchen. Und dummerweise ist Kokorin, bei dem ich wusste, dass der super ins System passen würde. Er ist schnell und so weiter und so fort. Und wir könnten sogar 10 ab und zum Beispiel spielen. Das heißt, mit Armstrong sich abwechseln oder mit Perez. Ja, der ist leider Gottes ein vertragloser Spieler. Nächsten Sommer. Und wechselt dementsprechend zu, naja, Crystal Palace im direkten Liga-Konkurrenten. Und dem Verein von Lalleparty. Alles andere halt schön. Wir versuchen es mit anderen Spielern. Unter anderem Abu Bakr. Zunächst einmal müssen wir aber Pato verkaufen, damit wir überhaupt Geld haben. Und das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Natürlich sehr, sehr unglücklich für uns. Denn so können wir nicht verhandeln. Und so können wir zumindest vor dem nächsten Spiel keinen Spieler mehr in unsere Startelf. Beziehungsweise in unseren Sturm beordern. Und müssen dann eventuell schon nur mit Alexander Mitrovic in der Sturmspitze spielen. Und das ausgerechnet gegen Manchester United. Den Verein, der momentan in der Tabelle vor uns steht. Das Training schließen wir relativ erfolgreich ab. Nur in Tep. Und Armstrong mit schlechten Noten mit D und D. Allerdings auch ein A in einer Trainingseinheit. Das ist doch relativ schön. Und jetzt kriegen wir den Nachricht, Spieler verkauft. Alexandre Pato wechselt also tatsächlich für 54 Millionen Euro zum FC Bayern München. Wir kriegen 40 Millionen Transferbudget. Und müssen uns davon jetzt einen neuen Stürmer zulegen. Abu Bakr ist der Stürmer, den ich ganz gerne haben würde. Passt eigentlich relativ gut. Ist ein starker Stürmer. Ist schnell. Ist Kopfballstark. Ist physisch gut. Hat auch ein bisschen dribblingtechnisch was drauf. Allerdings ist er natürlich wahrscheinlich auch relativ teuer. Porto verlangt immer relativ viel für ihre Spieler. Deswegen habe ich überlegt, wen könnte ich noch nehmen. Habe hin und her überlegt. Und dann ist mir einer eingefallen. Benjeda ist es nicht. Es ist Stefan Jovetic. Und zwar vom AC Mailand. Ist ja dahin gewechselt vom Manchester City. Wird aber nicht ganz günstig sein. Denn normalerweise verlangt auch gerade die italienischen Vereine für solche Spieler, die in gewisser Weise einen Ruf haben, sehr, sehr viel Kohle. Und eventuell können wir uns den gar nicht leisten. Deswegen war das noch nicht alles, was ich mir überlegt hatte. Einen habe ich noch im Köcher. Aber den sehen wir erst nach der Partie gegen Manchester United, glaube ich. Und mal sehen, wie das Ganze bis dahin gelaufen ist mit Jovetic und natürlich auch mit Abu Barakar. Wir haben außerdem theoretisch noch das Geld für einen neuen Innenverteidiger. Wir haben momentan nur so gesehen Pogba und den Kollegen Bemba, weil Coluccini ja nicht spielt. Und Can haben ja mehr oder weniger als Sechster gesetzt, beziehungsweise gar nicht, weil er schlecht in Form ist. Wir stellen übrigens die Formation um. Und zwar auf 4-3-3-4. Das ist unser neues System. Das will ich etablieren. Mal sehen, wie das so funktioniert. Ist an sich ganz cool. Wir probieren es aus gegen Manchester United. Ich wünsche euch viel Spaß. Hoffentlich keine Niederlage. Und bis gleich. Oder auch nicht. Jetzt bis gleich. Oder? Oder? Kommt noch was? Ne. Jetzt bis gleich. Okay. Newcastle United zu Hause gegen die Red Devils. Das Auswärtsschlagste Team der Liga war zu Gast bei Newcastle United. Im St. Jameses Park, dem Wohnzimmer der Elstern. Und natürlich wollten die Red Devils ihre positive Auswärtsbilanz heute weiter fortschreiben. Stehen nur einen Tabellenplatz vor Newcastle, vor MGT, der auf seinen stärksten Stürmer verzichten musste. Alexandre Pato für 45 Millionen, für 54 Millionen Euro gewechselt zum FC Bayern München nach Deutschland. Nur eine Halbserie musste man nun also auf Alexander Mitrovic setzen. Man war in Verhandlungen mit neuen Stürmern. Vincent Abubakar, nur einer der Namen, die so rumschwirrten bei den Engländern. Allerdings, ja wie gesagt, heute gegen das stärkste Auswärtsteam der Liga mit nur einer Spitze. Und vor allem mit einer Spitze, die momentan nicht so die Spielpraxis hat. Der Seher bei Alexander Mitrovic. Vor der Saison gekommen von Anderlecht bisher nicht so wirklich an die Erwartungen rangekommen. Vom Anlass auf der anderen Seite, ja Wayne Rooney, der Kapitän der Red Devils. Spielt momentan nicht so gut, aber er führt seine Mannschaft regelmäßig zu Siegen. Kröjam hat im Benber-Pogba und Kohlbeck in der Defensive. Dann eine Systemänderung. Sissoko und T.U.T. im zentralen Mittelfeld auf der Zehn bei Naldum und auf den Flügen. Thauvin und ein Tab, während in der Sturmspielte Alexander Mitrovic stand. Er sollte unterstützt werden von schnellen Flügelspielern. Ist ja nicht der schnellste, der Mitrovic. Zwar füßig stark und kopfballstark, aber halt nicht schnell genug. Und dementsprechend sollten dafür die beiden Flügelspieler sorgen. Neues System also auf Seiten von Jukas. Romero, Damian, Smalling, Rojo und Shaw in der Startelf bei Manchester United. Davor Schweinsteiger, Blind Valencia, Memphis Depay, Wayne Rooney in der Sturmspitze. Und dahinter überraschenderweise Andreas Pereira, der mexikanische Nachwuchsspieler von Manchester, stand erstmals in der Saison überhaupt in der Startelf. Und sollte gleich einmal zeigen, was er drauf hat gegen die McPies in einem relativ wichtigen Spiel. Denn es ging darum, den Vorsprung auszubauen für Manchester United. Wir springen rein in die erste Szene und die gab es auf Seiten der McPies, die gut in die Partie reinkam. Das ist Mitrovic mit der Flanke. Kommt allerdings nicht an. Das war ja schon gegen Port Valle das Problem. Die Präzision in der Offensive. Es wurde allerdings relativ schnell viel besser. Ein Tab, versucht ihr mal nach 10 Minuten aus der Distanz. Und da muss ich Romero schon richtig lang machen. Das wäre fast 1 zu 0 gewesen. Aber der Franzose scheitert am Argentinier. Die anschließende Ecke reingebracht von Moussa Sissoko. Das war der Anfang einer Eckenstaffette allerdings geklärt. Und die nächsten beiden brachten auch nichts ein. Dementsprechend zeigen wir die nicht weiter. Trotzdem spielte nun Newcastle nach vorne. Manchester kam nicht wirklich hinten raus. Allerdings mit der verunglückten Flanke. Wie gesagt, es fehlte die Präzision. Es fehlte die Durchschlagskraft bei den Elstern. Ein Tab versuchte hier mal. Macht das gut. Dribbelt sich in den 16er Bauch. Bei ihm ist dann letztendlich der Abschluss, an dem es scheitert. Bringt den Ball nicht aufs Tor. Und dementsprechend weiter 0 zu 0. Nach knapp 30 Minuten. Nach 35 Minuten dann kam Manchester mal nach vorne. Wayne Rooney spielt den Ball nochmal quer auf Andreas Pereira. Der im 16er fasst sein erstes Premier League-Tor für die Red Devils. Aber Tim Kröhl ist dazwischen und verhindert den Abschluss des Mexikanern aus gerade mal 11 Metern. Klasse Tat des Niederländers. Somit ging es mit einem 0 zu 0 in die Kabine. Das war weder das Ergebnis, was ich Manchester vorgestellt hatte, noch das Ergebnis, was im Spielverlauf entsprach. Denn Newcastle war deutlich besser. Die größte Chance hatte zwar Manchester, aber die McPies machten sich sehr, sehr gut. Auch nach dem Abgang ihres Top-Stürmers. Mal sehen, ob sie den ersetzen können. Im zweiten Durchgang sollte es besser werden. Es kam allerdings erstmal schlechter. Denn plötzlich war Manchester aufgewacht. Wayne Rooney bekommt hier den Ball. Zieht einfach mal ab. Und zum Glück ist Kröhl richtig gut auf den Posten. Und hält auch diesen Abschluss des englischen Kapitänes. Andere Seite wieder. In Tep versucht es mit einem Solo. Und versucht es mit einer Flanke. Und zwar auf Wayne Aldrin. Er legt nochmal in die Mitte. Mitrovic versucht es mit dem Fallrückzieher. Kommt aber nicht an den Ball. Es mangelte an Präzision. Und dann plötzlich doch nicht mehr. In Tep macht das klasse aus. Und gegen Damian ist ja rechtsfuß. Verliert zunächst einmal den Ball. Holt ihn sich aber nochmal wieder. Und flankt ihn direkt in die Mitte. Und da ist Mitrovic. Klasse Kopfball und klasse Tat von Romero. Hält seinem Team zum zweiten Mal das 0 zu 0 fest. Nach der Klärungstat. Gegen in Tep bereits die zweite Aktion. Und in Tep, der kam direkt mal zum Kopfball hier. Allerdings setzt er den Ball über das Gehäuse. Und dementsprechend weiterhin 0 zu 0. Dann wechselt beide in McPies. Czaik Tioti ging aus der Partie. Adam Armstrong kam rein. Dafür rückte Wernaldum eine Position nach hinten. Das heißt, Newcastle ging tatsächlich auf Sieg. Brachte den jungen Stürmer gerade von der Laie zurückgekehrt. Und der sollte gleich nochmal einen Effekt haben. Denn in der Offensive bekommt hier Mitrovic nochmal den Ball nicht. Einen Tep kann. Mit der Flanke wieder zu unpräzise. Und Armstrong im Hintergrund. Naja, der steht da ein bisschen unglücklich. Ball kommt nochmal zu Sissoko. Sissoko versucht es. Allerdings wird er wieder abgegrätscht. Klasse Arbeit von der Defensive von Manchester United. Die war richtig, richtig gut dabei. Auf der anderen Seite nochmal eine Chance durch Hector Herrera. Nicht Hector Herrera, Anna Herrera. Allerdings dieser Ball gehalten von Tim Krüll. Und dann die 90. Minute. Ein Foul. Und zwar gegen Florian Thauvin. Und zwar kurz vor der Strafraumkante. Da hatte Marcos Rojo relativ riskant geklärt. Sissoko gegen Portwell per Freischuss erfolgreich. Und dieses Mal deutlich über den Kasten. Die letzte Chance der Partie vergeben vom französischen Kapitän der McPies. Und damit endet diese Partie 0 zu 0. Manchester also kann die Auswärtsbilanz nicht noch mehr verbessern. Newcastle verschlechtert seine Heimbilanz nicht. Und beide trennen sich mit immerhin einem Punkt. Das bringt die beiden nicht wirklich weiter. Allerdings war das genau den Abstand, der vor der Partie herrschte. Romero hielt seine Mannschaft im Spiel. Auf der anderen Seite war es Krüll. Es gab nicht viele Chancen. Die Chancen, die es gab, waren aber gut. Armstrong wurde wieder eingewechselt. Vielleicht der Beginn einer großen Karriere für den jungen englischen U-Nationalspieler bei den McPies. Müller konnte in seinem ersten Spiel bei Manchester United eingewechselt nicht überzeugen. Das muss auf jeden Fall noch besser werden. Aber es bleibt ja noch Zeit für den deutschen Ex-Bayern. So, Bayern hat also Thomas Müller abgegeben, sich da von Pato gekauft. Kann man auch mal machen. Ist in meinen Augen nicht der sinnvollste Transfer. Aber sie sollen ja machen, was sie wollen. Wir haben erstmal zwei Nachrichten bekommen. Und zwar in unserem Büro. Und das sind wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar, Transferbestätigungen oder Absagen. Es sind beides Absagen. Inter Mailand lehnt einmal den Verkauf von Jovicic ab. Da gehen wir hoch auf 15 Millionen. Und auf der anderen Seite, ja, möchte der FC Porto Abu Bakar nicht unter 25 Millionen gehen lassen. Wir bieten 19 Millionen, was schon mal eine ganz schöne Stange Geld ist. Das ist ungefähr das, was wir für Pato bezahlt haben. Und bei Abu Bakar wissen wir nicht, wie er sich zurechtfinden wird. Er hat nicht mal Forster-Skills. Denn, als ich zumindest den Karrieremodus angefangen habe, hat er die noch nicht gehabt. Da hat er noch 3-Stand-Skills gehabt. Lukaku wäre ein sehr, sehr interessanter Spieler für unseren Sturm. Allerdings hat er einen Kreuzbandriss. Er ist erst in zwei Monaten oder zwei Wochen oder so wieder fit. Und das Risiko möchte ich ungerne eingehen. Und ich glaube sowieso, man kann verletzte Spieler nicht kaufen. Habe mich dann aber für einen anderen Belgier entschieden. Und zwar für Michi Batshuayi. Der spielt bei, ja, Olympique Margey. Und auch er würde wahrscheinlich so um die 20 Millionen kosten. Wir versuchen es erstmal mit 10 Millionen. Und ich bin gespannt, was es wird. Wir haben drei Nachrichten im Posteingang. Die drei Stürmer. Und zwar Absagen. Batshuayi. Da wollen sie 22,5 Millionen für haben. Immerhin schon mal ein bisschen weniger als für Abu Bakar. Auf der anderen Seite haben sie das Angebot für Jovicic schon wieder abgelehnt. Da denken sie wahrscheinlich noch nicht mal drüber nach. Wir versuchen es mit 19 Millionen. Vielleicht funktioniert es ja so. Und bei Abu Bakar lässt Porto überhaupt nicht mit sich reden. Sie wollen weiterhin 25 Millionen haben. Wir bieten 22 Millionen. Wird es besser? Es sieht besser aus. Denn sowohl Porto als auch Margey haben das Angebot akzeptiert. Inter möchte 39 Millionen haben. Das werden wir nicht ausgeben. Allerdings machen wir Angebote. Und zwar sowohl für Michi Batshuayi als auch für Vincent Abu Bakar. Können wir gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Stürmer meint ihr wäre besser gewesen. Ich kann euch aber schon mal sagen, bereits in dieser Episode wird noch eine Entscheidung fallen. Denn wie gesagt, wir haben den Transfer Deadline und ich würde ganz gerne die Transferphase in dieser Episode fertig machen. Und dementsprechend bleibt es im Endeffekt meine Entscheidung. 70.000 und vier Jahre, ja 70.000 galt um vier Jahre Vertragsdauer für den Kollegen Batshuayi. Für Abu Bakar auch vier Jahre Vertragsdauer und ein bisschen mehr gehalten mit 90.000. Und uns hat er, haben sie angenommen, ja Batshuayi schon. Ja, Abu Bakar teurer und hat abgelehnt. Dementsprechend entscheiden wir uns für den Belgier. Der wird also unser neuer Stürmer. Ich bin sehr gespannt, was er machen wird. War ja sogar mal bei 96 im Gespräch, als ob er Lüttich war. Hat dann den besseren Karriereweg genommen und ist zu einem besseren Verein gegangen. Hat ein 78er Rating hier in Head-to-Head, also genau das gleiche wie Mitrovic. Allerdings ist er an sich natürlich von den Grundeinlagen ein bisschen stärker, ein bisschen schneller vor allem. Ich bin gespannt, wie der sich machen wird. Ich hätte lieber Abu Bakar gehabt, aber für das Geld und vor allem mit dem Potenzial, was er zu dem Zeitpunkt, als ich den Karrierebonus begonnen habe, noch hatte, war er es einfach im Endeffekt nicht wert. Ich zoome mich dann nochmal nach einem neuen Innenverteidiger um. Sowohl Mangala als auch Brooks, als auch Rougani als auch Van Dijk als auch Zuma sind interessant. Aber wir sind Newcastle, das heißt wir sind französisch geprägt und versuchen uns dementsprechend logischerweise am französischen Innenverteidiger. Ich habe mich eigentlich erst für Van Dijk entschieden. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass ja so weder Pogba noch in Bemba, auch wenn in Bemba in Belgien gespielt hat, Niederländer sind. Deswegen wäre das sinnlos gewesen. Und ja, Chelsea möchte ihn nicht verleihen. Allerdings würden sie ihn wohl ziehen lassen für eine gewisse Summe. Ich habe glaube ich 14 Millionen geboten, dafür lassen sie nicht gehen. 16 Millionen werden sie allerdings akzeptieren. Und ich entscheide mich tatsächlich dafür, dass ich ja Kurt Zuma mir holen möchte. Und das wäre dann ein richtig guter Transfer. Wilkinson können wir noch abgeben, das heißt ein Innenverteidiger ist im Fall noch los. Können dafür einen neuen holen. Das wäre natürlich ideal, denn Pogba spielt zwar gut, Bemba auch, aber teilweise brauchen wir eventuell mal einen Ersatzspieler. Und damit haben wir jetzt Kurt Zuma. Zuma, 77er Rating, 21 Jahre alt, mega vielversprechendes Talent. Ich bin sehr gespannt, wie der sich so machen wird bei uns. Wir haben also am letzten Transfer Deadline nochmal richtig zugeschlagen. Zwei extrem starke Spieler geholt mit Batshuayi und natürlich auch mit Kurt Zuma. Es ist vielleicht bei Zuma ein bisschen unrealistisch. Batshuayi finde ich gar nicht so unrealistisch. Und ihr, schreibt es mir in die Kommentare, findet ihr es schlimm, dass ich aus eigener Faust gemacht habe? Findet ihr es schlimm, dass wir Bato abgegeben haben? Auch wenn ich ja im Endeffekt wenig gegen machen konnte, weil ich konnte ja nicht einfach irgendwie zurückgehen und nicht speichern. Das wäre irgendwie ein bisschen unrealistisch gewesen. Bisher ist es unreal, unreal, kann man unreal sagen? Unehrlich? Ja, ihr wisst schon, was ich meine gewesen. Und von daher versuchen wir es auf diese Art und Weise. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Dann mit unserem Belgischen Stürmer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Habt richtig viel Spaß mit dem Karriere-Modus. Und schaut euch viel Spaß mit dem Karriere-Modus. Und schaut euch viel Spaß mit dem Karriere-Modus.